Die Firma K&F Concept werden einige von euch vielleicht schon kennen. Ich habe für die schon mal einen Fotorucksack getestet und die stellen auch anderes Fotoequipment her, wie zum Beispiel Stative oder auch verschiedene Filter. Und ich hatte in den letzten Wochen die Möglichkeit mit denen zusammenzuarbeiten und für deren ND-Filter einen Werbefilm zu drehen. Und diesen ND-Filter, den seht ihr hier und über den habe ich eben diesen Film gedreht, den ich euch auch nicht vorenthalten wollte und euch einfach mal zeigen wollte und mal von euch so hören wollte, was ihr so zu dem sagt bzw. was ihr zu meinem Video so sagt und wie ihr das Ganze so findet und ob ihr vielleicht euch in Zukunft auch vorstellen könntet, hier auf dem Kanal öfters mal sowas zu sehen. Daher wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall schon mal viel Spaß beim Zuschauen und bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe das Video hat euch jetzt gefallen. Ihr könnt mir auch gerne mal einen Kommentar unten dazu da lassen, was ihr so davon haltet. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch hier auch noch dieses Review zu dem anfangs angesprochenen Fotorucksack von K&F Concept noch anschauen. Dann würde ich mich jetzt noch sehr über eine Bewertung und ein Abo freuen. Dann bis zu einem meiner nächsten Videos. Macht's gut und Servus.